Willkommen in einer Welt mit fortgeschrittener Technologie, Robotern und Rittern der Zukunft. Ich liebe es mit unserem fantastischen Königreich anzugeben. Doch es zieht ein Sturm auf. Das Böse hat den königlichen Hof nahe ergriffen und mit Hilfe eines sprechenden Buchs Mehr Monster! Wir brauchen mehr Monster! Überflutet er das Königreich mit Horden von Monstern. Ich kann das wirklich gut. Ich bin ein guter Böser. Monster und magische Bücher? Das bedeutet doch sicher nichts Gutes. Nun ruht alle Hoffnung auf den Nexo Knights. Ich hatte Monster! Das ist ein echt abgefahrene Schwebeschild! In ihrer fantastischen rollenden Festung und mit Hilfe ihres holographischen Zauberers Merlock 2.0 können sie unglaubliche Nexo-Kräfte auf ihre Schilde und Waffen herunterladen und gegen den Hofnarr und das Buch der Monster ins Duell ziehen. In Nexo Knights. Was machen wir hier? Wir posieren wie echte Helden.